Der Belsche Fernhörer von 1877 markiert den Beginn der Fernsprechtechnik. Er besteht aus einem hölzernen Apparat, in dem man abwechselnd hineinsprechen und hören muss. Mit einem Gewicht von nur 190 Gramm ist er flexibel einsetzbar, allerdings in Tonqualität und Reichweite eingeschränkt. Infolge dieses Missstandes erfand David Hughes das Kohlenmikrofon, das Telefonverbindungen über mehrere hundert Kilometer ermöglichte. Der Wandfernsprecher M89 von 1893 besitzt ein solches Mikrofon sowie je zwei 700 Gramm schwere Fernhörer. Deutliches Telefonieren über große Distanzen war nun möglich, jedoch verhinderte das enorme Gewicht und die stehende Körperhaltung ein komfortables Gespräch. Ab 1900 wurde der schwere Hufeisenmagnet durch zwei leichtere Ringmagnete ersetzt, was das Gewicht des Fernhörers halbierte. Beim Wandapparat OB04 von 1903 konnte dank weiterer technischer Fortschritte auf einen zweiten Hörer verzichtet werden. Außerdem drehte er sich gegenüber seines Vorgängers um 180 Grad, wodurch er angenehmer in der Hand lag. Fast zeitgleich wurden erstmals Versuche unternommen, das Mikrofon und den Fernhörer zu einer Einheit zusammenzuführen. Der sogenannte Handapparat, wie man ihn zum Beispiel beim Tischapparat OB05 finden kann, liegt auf einer Gabel auf und kann sitzend bedient werden. Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs der Bedarf an Fernsprechapparaten rapide an, sodass nach günstigen Werkstoffen und Fertigungsverfahren gesucht werden musste. 1927 gelang es beim Apparat W28 aus dem Werkstoff Bakelit ein Handapparat zu pressen. Aus vielen Einzelteilen wurde eine glatte, schwarze Form, die stabil aber nicht zu schwer ist und in großer Stückzahl kostengünstig hergestellt werden konnte. Im weiteren Verlauf ersetzte der thermoplastische ABS-Kunststoff das schwere Bakelit und halbierte das Gewicht des Handapparats. So zum Beispiel beim Tischapparat 611, der seit 1963 in hoher Auflage produziert wurde. Zusätzliche Flexibilität erfährt der Benutzer durch die dehnbare PVC-Hörerschnur. 1987 wurde das Modell 75 eingeführt, dessen Hörer zunächst noch leichter war. Nun kamen jedoch Beschwerden von Kunden, die es vermissten, den Hörer mit Wucht in die Mulde donnern zu können. Das dazu nötige Gewicht fehlte schlicht. Daher wurden Massestücke produziert, die nachträglich in den Hörer eingesetzt werden konnten. Für eine völlige Bewegungsfreiheit sorgte schließlich das schnurlose Telefon. Der Sinus Fee AP0913 von 1988 besteht aus einem Mobilteil, das alle bedienbaren Funktionen in sich vereint. Da dieses Telefon häufig in Film und Fernsehen auftauchte, erreichte es schon vor seiner Einführung in Deutschland Kultstatus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017